Ja, es musste irgendwann mal kommen. Wir haben jetzt schon einen der schlichtensten Filme dieses Jahres. Und somit herzlich willkommen zurück auf einem neuen Video hier auf Film.net TV. Heute gibt es das Review zu Morbius, den neuen Sony Marvel Film. Wenn euch der Kanal gefällt, lasst ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Somit wurde auch alles schon gesagt, legen wir los mit dem Video. Morbius ist der dritte Film vom Sony Spider-Man Universe nach Venom 1, nach Venom 2. Das SSU, also das Sony Spider-Man Universe, ist halt so eine Art MCU, nur halt mit Spider-Man Charakteren. Nächstes Jahr erwartet uns ja noch Graven the Hunter mit Aaron Taylor-Johnson und Madame Webb, der aber noch keinen Startdatum hat. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde diese Sony Spider-Man Filme meistens nur mittelmäßig. Ich finde, der erste Venom ist für mich ein Guilty Pleasure. Ich kann den gucken. Ich finde den echt und sau unterhaltsam. Und der zweite Venom war für mich einfach nur Mist. Ich mag den Film wirklich nicht. Ich mag den wirklich nicht. Also wenn man auf meinen Spider-Man Ranking schaut, dann ist er für mich auf dem letzten Platz. Naja, ich glaube eher, dass Morbius diesen letzten Platz überliegt hat. Denn Morbius ist wirklich generisch, beschissen, langweilig, folgt nach Schema F. Und ganz ehrlich, man hätte es auch in den 2000er für Filme können. Und das hätte keinen Unterschied gemacht. Denn ich finde, Morbius hat sich für mich irgendwie angefühlt wie ein Comic-Film aus den 2000ern, die jetzt nicht unbedingt gut sind, außer vielleicht die Sam Raimi-Spider-Man-Trilogie und wie wird auch eine Trilogie, aber sonst haben wir ja nicht so wirklich gute Filme bekommen. Wie zum Beispiel Elektra oder Hulk aus den Jahren 2003 oder die Fantastic-Four-Filme aus den 2000ern. Obwohl ich die irgendwie ein bisschen mag, aber an sich sind das nicht wirklich richtig gute Comic-Filme. Und ja, ich glaube, Morbius gehört eher zu dieser Regel von Filmen. Und außerdem versucht halt wirklich Morbius weiterhin dieses Sinister Six aufzubauen, was wirklich einfach nur planlos und beschissen läuft. Weißt du, was ich meine? Und ich komme jetzt einfach mal zur Post-Credit-Scene. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich alle Spider-Man No Way Home gesehen, falls ihr das Video schaut. Und durch den Zaubern, den halt Doctor Strange am Ende gemacht hat, kehren halt wieder alle Personen, wie zum Beispiel die zwei anderen Spider-Mans, also Tobi und Andrew und die leeren Schurken, sozusagen wieder in ihre Welten zurück. Und hier in Morbius, in der Post-Credit-Scene, sieht man, wird einfach Michael Keaton vom MCU ins SSU irgendwie wegtransportiert. Warum? Warum macht ihr das? Das macht doch gar keinen Sinn. Vulture ist doch ein MCU-Charakter. Warum transportiert ihr ihn jetzt ins SSU? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, der Zauber war doch nur da, um die Leute aus den anderen Multiversen wieder in ihren eigenen Universum zu bringen. Aber, oh Gott, ist das schlimm. Da wurde ich wirklich aggressiv. Also, ganz ehrlich, wir kommen nochmal gleich zur Punktewertung, aber denen hätte ich wirklich nochmal eine schlechtere Punktewertung geben können, nachdem ich diese Post-Credit-Scene gesehen habe. Weil, die ist wirklich, das macht gar keinen Sinn. Und warum hat Vulture wieder seinen verfickten Anzug aus dem MCU hier ins SSU? Das macht doch gar keinen Sinn. Ey, da kriege ich wirklich eine Krawatte. Also, wirklich, da kriege ich wirklich eine Krawatte. Das ist einfach nur ein fauler Versuch, die Sinister Six aufzubauen. Und das geht mir so auf den Sack. Sony, gib bitte wieder die Rechte an Marvel bzw. Disney ab. Ich glaube, da sind die eher besser aufgehoben. Übrigens, ich habe schon in den nächsten Tagen geplant, ein Video zu bringen, wo ich mal generell über dieses SSU-Thema darüber rede und was alles so schiefläuft und wie man es verbessern könnte. Aber jetzt kommen wir mal zum Film an sich. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Film nicht mag, obwohl ich trotzdem einige Punkte in diesem Film halbwegs mochte. Die ersten 20 bis 25 Minuten, die waren für mich echt unterhaltsam, waren okay. Und ich dachte mir, vielleicht könnte daraus eine coole Story ergeben. Aber nach den Zeiten, nachdem Michael Morby sozusagen zu diesem Vampir wird, die Action-Szene auf dem Boot, auf dem Schiff, fand ich noch halbwegs okay. Aber da wurde er weggeschnitten, weil muss ja FSK 12 sein, sonst kriegt er Sony keine Moneten. Und nach dieser Szene ist der Film wirklich für mich einfach nur noch gesunken und ja, der ist für mich einfach nur ein, er ist für mich einfach nur noch weich geworden. Ich hatte auch das Gefühl, dass man so durch die Hand um die Skippt ist. Ich habe das Gefühl, es fehlt irgendwie doch ein Teil des Films. Ich meine, der Film dauert eine Stunde 45, da sind ja noch die Crises mit dazu. Der Film dauert aber so insgesamt so ungefähr anderthalb Stunden. So anderthalb bis eine Stunde 35, so. Und ich habe das Gefühl, es fehlen noch irgendwie so 10 bis 20 Minuten Erklärung, was so zum Beispiel die Motivation der Schurke gespielt von Matt Smith ist. Und plötzlich wird er einfach so, plötzlich hat er auch diesen Serum genommen und es wird irgendwie gar nicht erkannt. Er ist einfach nur böse, so. Er ist einfach nur böse, um böse zu sein. Obwohl ich muss sagen, Matt Smith hatte irgendwie schon seinen Spaß mit der Rolle und ich konnte ihn das schon irgendwie ein bisschen abgewinnen. Nichtsdestotrotz, ich fand ihn trotzdem echt lahm. Ich fand ihn echt lahm, das, obwohl man ihn so ein bisschen interessant aufgebaut hat. Aber was man ihm dann gemacht hat, das ist einfach nur... Nee, Bruder, lass es mal lieber sein. Lass es mal lieber sein. Jared Leto hat mir tatsächlich in dem Film ehrlicherweise echt gut gefallen. Ich fand, er hatte wirklich eine solide Performance abgeliefert. Er hat die Rolle sehr ernst genommen. Er ist auch für mich so der beste Darsteller aus diesem Cast, der jetzt nicht unbedingt so richtig hochkannig übersetzt ist. Tyrese Gibson spielt in diesem Film mit. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle aus dem Fast and Furious-Film, der Ronin gespielt. Und dann muss ich sagen, sein Charakter ist wirklich echt scheiße. Also der ist einfach nur da und er ist einfach nur da. Er ist einfach nur da. Man braucht ihn nicht. Das ist einer der Beispiele, was an dem Film so schiefläuft. Wollte ich dir mal sagen. Nun kommen wir zum Fazit. Ich habe schon alles gesagt, was ich zu dem Film sagen wollte. Der Film ist wie gesagt generisch und beschissen. Und versucht weiterhin immer noch dieses Sony-Franchise aufzubauen. Was aber wie gesagt für mich jetzt schon gescheitert ist. Deshalb gebe ich Morbius 2 von 5 Sternen, weil ich trotzdem ein paar Sachen in dem Film echt solide fand. Aber der Rest des Films kannst du wirklich in die Tonne kaufen. Wirklich in die Tonne kaufen. Und die Post-Credit-Scene hat fast alles getoppt, was ich an dem Film echt nicht mochte und so. Und ja, wie gesagt, schaut ihn euch nicht im Kino an. Das empfehle ich euch definitiv. Verschwendet bitte nicht euer Geld für diesen Bullshit. Und ja, somit war es das mit dem Review zu Morbius. Heute mal nicht so positiv wie sonst. Heute mal etwas negativ. Aber was soll man denn machen? Wenn der Film mal schlecht ist, dann ist er für mich einfach schlecht. Ist ja für mich alles meine wirkliche Meinung vor der Kamera. Hier ist nichts verstellt. Aber falls ihr den Film halbwegs solide oder gut fandet. Hey, eure Meinung ist wirklich willkommen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wir können wirklich fair und freundlich in den Kommentaren austauschen. Bitte keine Beleidigungen, falls jemand den Film mochte. Jede Meinung ist hier wirklich willkommen. Und ja, das war es also wie gesagt schon mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Somit war es wie gesagt schon von mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.